In 100 Metern nach links abbiegen. Offizieller Sender des Horizon Festivals. Ist ja gut, ist ja gut, ich weiß, dass ihr zuhört. Aber ich muss euch das einfach nochmal sagen. Ich habe euch doch erzählt, dass irgendein Holzkopf einen Lambo in einer Scheune in der Nähe des Festivals stehen gelassen hat. Ich weiß, dass schon einige nach ihm suchen, aber ich weiß auch, dass sie ihn noch nicht gefunden haben. Das heißt, er steht noch da rum. Behauptet nicht, ich hätte nichts gesagt. Ihr hört Horizon Base Arena. Untertitelung im Auftrag des Orolimp 캐릭터 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 In 400 Metern nach links abbiegen. Nach links abbiegen. In 400 Metern rechts halten. Rechts halten. In 400 Metern nach links abbiegen. Rechts abbiegen. In 100 Metern nach links abbiegen. In 100 Metern haben sie ihr Ziel erreicht. In 100 Metern nach links abbiegen. 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 In 400 Metern nach links abbiegen. Das war's. Das war's. Das war's. Als erster durchs Ziel. Das wird ja langsam zur Gewohnheit.